Heute Morgen kam auch nicht, jetzt rufe ich nochmal an und wenn Sie mir nicht im Laufe des Tages heute sagen können, wo das Holz ist, können Sie es sich in den Arsch schieben. Ja, die Holzmisere geht weiter. Holzprofi24 hat gestern am Telefon gesagt, dass sie es sich ausdrücken, also der Mitarbeiter drückt sich aus und gleich heute Morgen kümmert er sich darum, was das Holz heute kommt oder alles spätestens am Freitag und er ruft mich dann heute Morgen zurück. Jetzt ist es 11.20 Uhr, immer noch kein Anruf, ich habe langsam die Schnauze richtig voll. Wie so wie, die Zeit vertreibe ich mir jetzt ein ganz klein bisschen mit Kira. Sie kann jetzt mittlerweile sogar schon Sachen apportieren, zumindest ein bisschen. Jetzt schaue ich mal, ob das auch vor der Kamera klappt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, man merkt schon, dass da ein ganzes Stück gewachsen ist. Also siehst du jetzt nicht zentimetermäßig, so ein Riesensprung, größer geworden. Aber die Kopfform ist wesentlich markanter als am Anfang. Und ja, man merkt halt, dass vor allem, wenn sie sich irgendwo hinlegt, dass es jetzt schon ein guter Stück länger ist als sonst. Ich freue mich. Woran ich es noch merke, dass es größer wird ist, das einarmige Hochtragen wird immer mehr eine Herausforderung. Aber noch klappt es mit einem Arm. Noch klappt es mit einem Arm. Schauen wir mal, wie lange noch. Kein kleiner Maß. Musst in die Kamera schauen, nicht ins Display. Ich werde die Tage mal so eine Mini-Vlog-Kamera ausprobieren. Das ist eine Nex 5. Das ist so eine uralte Kamera von mir. Und ich habe eben im unteren Schuber gefunden, dass ich noch dieses SST-Mikrofon, das es dazu gibt, habe. Das ist das Original-Zubücher von Sony. Die Nex 5 selber hat keinen Mikrofoneingang. Deswegen ist sie an sich fürs Vloggen gar nicht geeignet. Kann aber in Full HD in 50p aufnehmen. Allerdings habe ich momentan kein Objektiv dafür. Ich habe ja nur Canon-Objektive. Und wollte jetzt auch nicht direkt ein Objektiv bestellen. Ist mir zu teuer für so einen kleinen Testzweck. Deswegen habe ich mir gedacht, probieren wir mal einen Adapter selber zu machen. Und der ist jetzt gerade frisch aus dem Drucker. Qualitativ ist er, glaube ich, ganz gut geworden. Allerdings sind noch die ganzen Stützen innen drin. Das heißt, wir müssen den Kerl jetzt erstmal reinigen und das ganze überschüssige Plastik da rausmachen. Wenn alles klappt, dann können wir da an die Nex mit diesem Stück Plastik eins von meinen Canon-Objektiven dran machen. Ciao. Good evening, everyone. Highlights of the news this Thursday. Traffic accident. Lieber to see more things to a runner. More labor. Jetzt wird's interessant. Okay, auf. Okay, auf. So, ich habe keinen Autofokus auf dieser... In der Kamera habe ich jetzt keinen Autofokus, aber immerhin kann ich schon mal ausprobieren. Wie die Videoaufnahme und die Tonaufnahme ist. Also das SST-Mikrofon oder SST-MS... Nein. S-Zit. Keine Ahnung. Also das Sony-Mikrofon ist oben drauf, steht auf 90 Grad nach vorne. Ich habe in Erinnerung, dass es ein bisschen blechern klingt, aber für Vlog-Aufnahmen könnte es taugen. Das Tolle an der kleinen Nexus, sie ist super leicht. Also die wiegt nur nicht mal ein Viertel von meiner GA5. Ah, Froschenmalz. Von daher wäre es vielleicht so ein in die Hosentasche-Begleiter. Allerdings möchte ich noch ein Objektiv mit Autofokus, weil ohne Autofokus ist beim Vloggen doof. Vor allem, weil die Nex keinen Bildschirm hat, den ich aufklappen kann. Das heißt, ich sehe nichts. Ich sehe wirklich nur das Objektiv und habe keine Ahnung, ob es scharf gestellt ist oder nicht. Wie gesagt, ich habe es jetzt einfach mal auf 0,6 Meter. Das ist so die Armlänge, die ich schätze, die ich habe eingestellt und hoffe, dass es nicht allzu blurry ist. So, Bastelstunde ist für heute beendet. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich mit dem restlichen angebrochenen Tag mache. Außer, dass ich mittlerweile haben wir 14 Uhr. Jetzt nochmal bei Holzprofi24 anrufe und denen sagt, dass es ein Sauladen sind. Geduld ist jetzt am Ende. Ich habe die Schnauze richtig gestrichen voll. Nicht nur, dass ich Anfang Juni bestellt habe. Ich glaube, am 4. Juni, 4. oder 5. Juni haben wir das Holz bestellt. Und jetzt ist der Juli gleich am Ende, weil sie irgendwelche Transportprobleme hatten. Also, sie haben angeblich niemanden gefunden, der Langholz transportiert. Was für jemanden, der Langholz verkauft, online, so ein bisschen ein Armutszeugnis ist. Nö, noch viel schlimmer. Ich habe jetzt quasi den dritten Tag Urlaub, weil mir von der Spedition zugesagt wurde, dass das Holz heute eintrifft. Und weder Holzprofi24 noch die Spedition können mir sagen, wann und wo das Holz überhaupt irgendwo eintreffen wird. Und der versprochene Anruf gestern blieb aus, der versprochene Anruf heute, morgen kam auch nicht. Jetzt rufe ich nochmal an und wenn sie mir nicht im Laufe des Tages heute sagen können, wo das Holz ist, können sie es sich in den Arsch schieben. Ja, so viel schlechte Laune von mir einstweilen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Ciao. Ja, so viel schlechte Laune von mir. Ja, so viel schlechte Laune von mir.